Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute ist der letzte Tag von diesem Major und deswegen werde ich heute einige Kapseln und, ja so Autograph-Kapseln und auch so, wie heißen die, Legend- und Challenger-Kapseln öffnen. Also ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier mit dem an, mit der Kapsel. Was ich mir wünschen würde, wäre hier Mouseboard-Solo oder Foil, weil die ziemlich nice sind. Und ja, ich bin ein Mouseboard-Fan, aber Face ist zum Beispiel auch ganz nice. Ja und ich glaube, bei den Foils sind alle relativ gut. Punkt, los geht's. Da haben wir schon gesehen. Komm schon. Flipside, na toll. Sieht jetzt nicht so weit aus. Dann machen wir erstmal Autograph-Kapseln. Ja, Speedy wäre am coolsten, weil ich den am meisten mag, aber Nico ist zum Beispiel auch ziemlich gut und Chris J. Ja, ich finde normalerweise hat er eine bessere Unterschrift, aber bei diesem Major hat er es irgendwie hier so hässlich gemacht. Und jetzt. Was wird's? Next. Oder? Dennis. Mal schauen. Wieder Dennis. Ja, also nix gegen Dennis, aber die werde ich dann wahrscheinlich verkaufen, weil ich mir nur Speedy drauf geben werde. Auf die brauchen wahrscheinlich Nico. Cool. Ach, das ist hier so ein Aim-Ding jetzt. So ein Fadenkreuz. Sehr ganz cool gemacht. Und Speedy bitte. Da. Nein, schon wieder Dennis. Ja, ich finde die Unterschrift ist auch ganz cool, aber Coulon 2015... Was ähm, noch cooler. Warte, hier hab ich's. Hier, die Unterschrift, das hat noch cooler ausgesehen. Dann ähm... ...eröffnen wir noch. Eröffnen wir mal Fnatic. J.W. Ja, Olufmeister find ich auch ganz cool mit dieser Mütze da drauf. Ja, da kann man eigentlich... ...nehm... ...schlechten bekommen, weil ich alle gut finde. Prinz. Gut, dann ähm... ...machen wir noch eine Moussport auf. Oder SK. Nee. Machen wir noch Moussport auf. Speedy... Chris J. C. J, ja. Die anderen Buchstaben... ...keine Ahnung. Ja. Sieht interessant aus, aber... ...finde ich jetzt... ...feier ich jetzt nicht so. Da ähm... Warte, habe ich hier drauf? Ja genau. Da feier ich die Unterschriften, ja. Mit dem Chris J., wo man's halt so cool lesen kann, ...wes J so groß ist. Dann ähm... ...öffnen wir noch... ...würde man sagen... ...zwei von denen. Ja, was wär cool... ...hier... ...das wär cool... ...der von SK sieht auch ziemlich geil aus. Ja, und... ...cool aussehen tun auch ähm... ...CLG und äh... ...team Liquid. Und äh... ...der Holo sieht auch ganz cool aus. Hier der... ...ESL Sticker. Der natürlich. Aber... ...ja... ...also SK oder Fnatic wär mir am liebsten. Wobei der hier auch ziemlich cool aussieht... ...vom Farben her. Ja, nice. ...es... ...ESL Holo. Ja, der sieht bestimmt cool aus. ...ne Waffe. Mal schauen. Ähm... ...wie der aussehen würde. Schon cool. Und vor allem, dass sich die Farbe so ändert, je nachdem aus welchem Glück man's ansieht. Dann ähm... ...öffnen wir noch eine. Und hoffen natürlich... ...dass wir die Farbe so ändert, je nachdem aus welchem Glück man's ansieht. ...dass wir so einen Foil-Sticker hier bekommen. Das wär schon nice. Hier steht ja gar... Achso ja, das ist zu lang, deswegen steht nicht Foil dabei. Aber die sind auch voll. Und... ...zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... ...wenn es so ist, dann lasst ein Like da. Und... ...ja... Bis zum nächsten Mal. Ciao.